Ein Löwey-Gymnasiast mit Herz und Seele, der auch für diesen Sommer schon ein Klassentreffen seiner ehemaligen Klasse am deutschen Klassenzug vorbereitet hat, war Josef Trabert. Er besuchte zwischen 1961 und 65 das Gymnasium in Fünfkirchen. Da er auf seine wehmender Wurzeln immer sehr stolz war, gründete er mit drei musikbegeisterten Verwandten mit dem Liedgut und der Traditionspflege Eng verbunden im Jahre 1989 das Wehmender Quartett, den bekannten Ton aus Wehmend. Im Februar 2017 ist Josef Trabert in Frieden für immer von uns gegangen. Das Rindfleisch ist steil, ich weiß nicht wie gerimmt, dann habe doch so viele Rindvieger im. Jetzt kommen wir aus, Junge, der haltst du uns weh, jetzt stellen wir aus, wen wird jetzt gleich besser gehen. Wir sind ja verwandt und deswegen sind wir immer vielmals zusammengekommen und so schlacht das Zeit. Wenn so ein Erwirt war zum Beispiel, sind wir auch zusammengekommen und an der Kulve. Vor allem meine ich halt, wenn ich jetzt so zurückdenke, in Wehmend und in der Umgebung, in der Baranjau. Wir waren auch schon in Budapest und in der Umgebung von Budapest und auch schon im Ausland, in Österreich und in Deutschland. Wenn wir Freude haben und unsere Sänger, das ist nur noch, was wir auch sehen, ist die anderen Leute, die haben auch gefragt, die Lieder hier. Und die Sänger ist ja immer gut, eigentlich. Und die Sänger ist ja immer gut, wenn wir auch sagen, dass wir das Sänger aufhören können. Und die Sänger ist ja immer gut, dass sie sich die Sänger aufhören. Ich bin mein Egesmann, ich bin mein Egesmann. Ich bin mein Egesmann, ich bin mein Egesmann. 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 Ich bin mein Egesmann, ich bin mein Egesmann. 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 Ich bin mein Egesmann.